So, jetzt wieder weiter mit Super Mario, boah, so wunderbar, aufbauen, Nintendo Switch. Wir sind jetzt in der sechsten Welt, in der letzten Gebiet, würde ich fast sagen, weil danach kommt nichts mehr. Was ich aber euch noch zeigen wollte ist, ähm... Es hat einen Grund, weil hier steht, ähm, dass wir fast alle, würde ich sagen, haben, also außer die letzten natürlich, und irgendwie auch noch Medaillen. Eine haben wir ja gekriegt, weil wir ja auch alle gekauft haben, alle Sachen, also alle, äh, Aufsteller haben wir gekauft. Aber ich weiß nicht, was der andere, vielleicht alle Red Coins, also also 10,5 Dinger, das wäre die erste. Dann, ähm, Klecks. Samen. Jo. Alle Level zu 100%? Da sind wir schon bei 4. Ich weiß es nicht. Einfach überraschen lassen. Einfach überraschen lassen. Ich wollte mich auch nicht da spoilern, ähm, was, warum, äh, wieso, Dingbums gedöhnt, ähm, warum. Medaillen da sind, aber, ähm, so viel Lava. Ja, ich fühl mich so piee, aber es ist bestimmt schon langweilig davon, nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich die Lava in der Luft gehe, wie ein Feuerwerk. Das würde Ihnen die Dankwürdige vertreiben. Magma-Tiefen, Welt Nummer 6. Wir haben es bis in die Magma-Tiefe geschafft. Der Wald und das Magma erschreckt sich bis tief in den Untergrund. Und es gibt hier einige Forscher-Problems, die diesen funktionierten Ort eingingen, studieren. Wir sollten den Oberstorium über einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man dort etwas über den Königsamen. Aber zuerst will ich hier auf der Karte gucken. Also wir gehen runter, dann haben wir Pünzen. Okay. Ja, wir machen sowieso alle Levels. Aber hier gibt es wirklich nur einen Shop, ja, nur einen Shop. Wow. Das ist cool. Das ist cool gemacht. Oh nein, Hilfe! Bitte! Du musst uns helfen, Prinz Florian. In der Magma-Tiefe geht mehr dünge Dinge vor sich, seit der Palast weg eingenommen wurde. Was für mehr dünge Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Und durch diese viele Hitze verursacht die Ranken aus der tiefen Dschungel jetzt überall. Wenn du mich fragst, dann finden wir uns in erheblichen Gefahren. Ah, dieser elende Bowson-Junior macht wieder nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch den Königsamen bei sich im Palast. Prinz Florian, bitte, 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 bitte befreie den Palast und rette die Magma-Tiefen und nimm auch diese Wundersamen mit. Er sollte Glück bringen. Und wir haben unseren ersten Wundersamen. Okay, hier ist ein Suchrätsel. Na ja, wir bleiben lieber oben. Wir machen zuerst ein Suchrätsel. Das wäre, glaube ich, auch unser letzter Suchrätsel. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert. Ich kann alles schnell checken. Ähm. Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben. Ähm, ein bisschen Geld ausgegeben für, ähm, für Leben, weil, ähm... Das war schon wieder knapp. Dann habe ich festgestellt, ähm, dass man maximal... Okay. Dass man maximal nur 99 sammeln kann. Schade. Schade. Mmh. Hm. So, dann haben wir das, das, das. Wir brauchen den Bohrer. Aber theoretisch können wir eigentlich auch. Okay, wir brauchen den Bohrer. Oh. Oh. Hm. Oh. 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 Das geht's. Warte mal, muss ich mal ein Bohrer nehmen? Hmm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hmm. Okay, das geht nicht. Hmm, beide Dinger dann und so. Hmm... Hmm... Das ist schwierig. Ganz ordentlich verdrehen. Ich würde sagen, ich gucke mal nach, wo die ist verletzungsreißend. Okay, ich weiß es, ich weiß es. Wir brauchen einmal den Innofanten und einmal den Bohrer. Also, bei zwei Dingen war ich wirklich fast dran. Also, ich war schon in der richtigen Richtung, aber die Kugel nicht nach rechts, sondern nach links. Und das nächste wäre dann hier. Und dann kann man theoretisch hier durch, um dann hier rein zu können. Also, wirklich, 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 wirklich gut versteckt. Wirklich gut versteckt. Warte, mach mal, mach mal, mach mal. Nee, ich will das nicht haben. Ich will... Das ist ein Innofanten. Also, so cool gemacht. Und ich war so dämlich. Ich war einfach so dämlich dafür. Ist aber okay. Hier können wir nicht weiter. Hier können wir auch nicht weiter. Dann können wir jetzt runtergehen. Laufen. Ja, okay. Krater. Hier ein Level. Schwebe hochsprungen. Also, der Abzeichen, den Abzeichen doch mal. Ich springe kurzer Zeit höher als normalerweise. Ist okay. Also, einfach nur größer springt. Hä? Okay, 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 okay. Färschi, färschi, färschi. Okay, cool. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallo, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, ich hab eine Ahnung wie man es da macht. Ah ok ok Ah f**k Erlue? 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 Nee, aber will noch mal rein Ich will noch mal rein Tschüss. Oh, he was hot. Aber die Frage ist jetzt, gab es ein Update? Nee, 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 Version 1,0.0. Ich komme hier nicht so, mein Freund, weil dieser blöde Felsen hier im Weg steht. Normalerweise würde ich ihn einfach zu tun, aber im Moment bin ich einfach zu schluck dafür. Wenn mir noch einige Blumenmünchen hätte, dann fühle ich mich wieder fit. Na ja, Motivation, 50. Okay. Oh, 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 ich, ich, ich spüre, wie die Kraft in mir blüht. Das, das habe ich gebraucht. Und jetzt, huuua. Und die Kraft ist wieder weg. Jetzt fühle ich mich wieder stark. Begensten ist der Fels weg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Oh, jetzt geht nur ruhig weiter. Okay. Warum haben wir jetzt 50 bis alt? Ganz Florian. Wie hast du dir nur einen Weg durch diese Ranken gebahnt? Die Wuchen mittlerweile wirklich überall. Da hast du vollkommen recht. Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen. Und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Es ist nur plötzlich, was ist plötzlich so los? Aber ich habe etwas gefunden, das sich bei einer Ranke verfangen hat. Das gehört dir. Bitte. Unternehm doch etwas gegen diesen Wurenranken. Wuchen. Wundersam. Jetzt ist alles nur wundersam. Level. Abgeschlossen. Warte mal. Abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Beschlossen. Laufen. Nein. Okay, hier gibt es wieder zwei Ausgänger, denke ich zumindest. Den reich der Gott-Opas. Und die brauchen wir das nicht, aber... Ah! Ah? Hmm... Hmm... Nuh, 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 nuh! Gut! Oh leu, okay. Uh. Ja, hallo! Ja, hallo! Oh, du bist ja clever! Hmm. Ich versuch mal ein bisschen. wir müssen beim nächsten unbedingt unbedingt ganz ganz umhergeschossen also sonst das problem das hier eigentlich nicht so richtig was haben ja 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 Ah, fuck. Eigentlich muss ich mich sterben lassen. Komm, 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 komm. Ah! Ok, das ist easy. Ich glaube ohne ist das nicht so einfach. Oder muss man über Bande springen. Das ist voll. Das ist cool gemacht. Ok, alle haben wir. Das heißt also, wir können uns jetzt durch den Ausgang legen. Wenn hier ein Ausgang ist. Das heißt also, wir haben dieses Level auch wieder zu 100 Prozent. Also ich hoffe das wäre so interessant. Also wir haben einmal, wir haben alle drei Münzen. Und wir haben alle. Wir haben eine Fahnschneider auf maximale Macht. Jo. Dann will ich das noch machen. Auch das letzte Level des Parts. Dann sind wir wieder bei 30 Minuten. Ich wollte ja immer so zwischen 30 und ähm drücken. Ähm. Bisschen. Ja, 30 bis ähm. Habt ihr? Ja! Du hast jetzt das. Du hast es gut gemacht. Ja. Guck. Ja, da. Okay, das ist die Erste. Das Zweite ist... Okay, das ist noch die Letzte. Okay, das ist die Erste. Okay, das ist die Erste. Ja, das ist die Erste. Ich muss nicht wieder rein. Ich muss nicht wieder rein. Also die letzte Passage hat mich hier so gebrochen. So richtig, richtig gebrochen. Alter. Es wird schwerer. Da hast du noch mal gesagt, nein, ich will nicht. Es wird schwerer. Deswegen haben wir das Level auf 100. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen beim nächsten Pad runter, weil wir hier alle Ebenen fertig gemacht haben. Morgen sehen wir noch ein Level und einen Laden. Und auf der anderen Seite sehe ich auch noch was anderes. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einer ganz anderen... ganz frisch. Ich entspanne jetzt ein bisschen. Und wir sehen uns morgen. Also bis morgen. Tschüss. Tschüss.